Hallo hier ist Naruto 1986, herzlich willkommen zu Assassin's Creed Origins Part 106 Das war mal da, wo wir aufgehört haben und alles Und los geht's Ist schon abgelaufen oder was? Okay, dann wollen wir mal gucken gehen Leute, haben wir's bald, danke Haben wir hier eine Schnellreise freigemacht Okay, hier Hier schneiden wir eine Schnellreise hin Alles klar, dann wollen wir mal loslegen So Passt So 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 Mal hier holen wir das glitschen So Geil Na gut, dann wollen wir mal loslegen So Gut, steck auf Und los geht's Hm, wollen wir halt die Aufgabe jetzt So So Meine Güte, das ist ne Warte, machen wir den anderen auch noch Warten wir Ich mach grad gucken Okay Okay, diese Anubis hab ich nicht mehr Okay, diese Anubis auf der Wagenstelle nicht mehr, schade Egal Egal Ich krieg die mal wieder Komm mal auf zu nerven Oh, nervt mich nicht Ja, keine Ach komm, nervt doch jetzt nicht Und haut doch mal ab jetzt Haha Tschüss jetzt Nervt mich jetzt nicht Die können echt einer auf die Nerven gehen, die penner, das ist nicht wahr Ja Es ist mir egal, da schwimm ich irgendwo rüber So, dass ich dem Penner jetzt erstmal entkomme Haha Zu blöd zum Zielen, Alter, auch noch So Hier ist mir mein treues Most, dann stellen wir mal auf Und rüber Hm Ich bin den Penner voll entkommen jetzt Hm Mal gucken Mal gucken Ja, ja, gib den Weg frei, Junge Ich geb dir auch gleich den Weg frei Du Penner So Hm Okay Gut gemacht So So Das ist hier, dass du mein Ding frei gegeben hast Perfekt So Mal gucken So 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 Da muss ich gleich neu meinen, wir alle ganz neue Ausrüstung kaufen werden, was der ist, aber mal gucken So So Ist ein leichter Abbezahlung Bei Ja 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 Ok Ich steck mal kurz ab hier Hier drüben Ich kann es kaum abwarten, dieser elenden Karwitt den Hals umzudrehen drehen hier ist ein alter hör auf zu nerven alter ist geringlich der hat den Verstand verloren ne ja kein Verstand verloren aber du hast den Verstand verloren das denkst du starten alter gibt hier noch ein paar Momente wenn ich nicht ja dann komm auf jetzt hier tschau noch welche woher noch die Klappe haben wollen ach du willst dann auf deine große Klappe nach dann komm mal her mein Freund komm mal her wenn du noch die Klappe willst hm bist du müde? ja bist du ja willst du Katzenmaus mit mir spielen alter so du willst mit mir Katzenmaus spielen aber nicht mit mir alter die Katze ist hier die Maus und sterb voll über Bord geschnitten dabei den Typ so und jetzt zu dir du kleine hey hey ah ja die sterben sollen aber was cool Kavit hatte ihre Rache das sollte sie besänftigen hm hm finde ich auch mal richtig genial warum weil die eigene Wache sie getötet hat finde ich genial nein ok schalt ich kann ja nicht da reinhauen hey ok dann wollen wir mal gucken was ist die nächste Aufgabe aber was haben wir denn hier noch schöneres äh ne ne das ist die Hauptmission mache ich schon nicht hä äh wow legendäre Montur bei dem 40 die Beute des weiß ich nicht Montur war 37 äh ey hier guck haupt da die mache ich nicht klage der Arbeiter hm na warte sind fertig halt so ähm katsch nein hier hier wo ist denn es jetzt schon mit der Mistake kommen hier oder was äh das ist halt mal so weit aber da kann man gleich ok schnell eine schnellreise dorthin machen ach perfekt hm ja ok da haben wir schon wieder mit Bayek hm kaum zu glauben lauf Bayek lauf komm schon du hast ja fast geschafft bist ja gleich da mein Freund so haben wir es jetzt wie oder was denn jetzt komm mal hm Digga haben wir es jetzt bald ah jetzt hat er es super hm so abgedepposcht einmal runter mit uns so ah ok jetzt ist das hier noch ok ok ja ok hier schieb mal ab bissel wo zum Henker hier jetzt wieder meine Güter ok 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 also dann haben wir es doch geschafft ey danke Senu Senu du bist echt ein geiler Freund ey ein klasse Freund du bist echt ein richtig cooler Adler kann man das nicht sagen so dann wollen wir mal weiter den hier mit warte mal ich kann doch hoffentlich ach komm ich geh jetzt mal schnell hier entlang hier ist ja jawoll geh mal kurz hin mit ihm hm 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 so ok so ok Ja stark genug um den Weg frei zu räumen? Ja. Vielleicht kannst du sie rausholen. Bin ich? Es sind meine Brüder. Warte hier. Ich tue, was ich kann. Okay. So. So. Okay. Lass. 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 Alter pass auf man! Katan Radarja Katan Radarja Quack Katan Radarja Tuck. He. Pauli Alter, wenn noch einmal so rauskommen, dann schlag' ich dich tot, du wickser das kann ich jetzt gerade auf meinem Netzplanet gebrauchen oder sowas. Hey, sorry Freunde, das passiert noch nicht mehr Perfekt Ah, das war auch schon der erste deiner zwei Brüder Hey du, bist du verletzt? Ja, hab mir den Knöchel verstaucht. Mein Bruder Baba arbeitete weiter hinten. Der Tunnel ist eingestürzt. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ich hol dich erst mal raus. Dann such ich ihn. Vorsicht. Ich glaube, ich habe ein Zischen gehört. Das ist mir der Kontrolle von uns aus der Handkutsch. Denken die ein bisschen so. Ich weiß nicht, dass ich da was bin. Sorry, das muss ich auch nicht. Bin ich wieder auf das Ding im Port. Ach, tragen. Natürlich. Natürlich trage ich ihn erst mal raus. Komm mit, Freund. Jetzt bring ich dich erst mal hier raus. Danach kommt der andere dran. So. Das passiert. Hier, bitte schon. Hier, habt ihr den ersten. Ipui! jetzt kann ich mich um ihn kümmern du musst zurückgehen und papa finden schnell er ist vielleicht verletzt oder schlimmeres kümmere dich um ihn ich werde deinen bruder finden hat sie sich selbst wenn man ist so zu das passiert nicht mehr ich darauf komme nicht mehr so mein freund ich komm zu dir jetzt okay friede rojet verzeihe dass ich deine grünen tötete es gab keinen anderen weg okay an uns die komm ich nicht mein freund hier drüben eine geschichte der verlorenen hüter dieses ortes das schwert fehlt ich frage mich ob mach es in selkits haus erfolg hatte oder ob seine suche dort endete die alte bibliothek neu gefasst jawohl die machen wir dann als nächstes okay gucken wir mal alles hier durch ich konnte mich vor dem einsturz gerade noch die 1 ich hatte keine ahnung davon wir wollten eigentlich den fluss erreichen das ist sehr wahrscheinlich teil des alten tempels brauchst du hilfe um herauszukommen es geht mir gut ich gehe zurück zu meinen brüdern ich aus nur macht das noch was ist das hier bitte es fragt mich nicht mehr kommst du mit das sieben du bist du mit mir kommst du kommst du da bist du dort bleiben ja gut und dort bleiben willst bitte dann zwinge ich mich mal ja komm schon zwinge ich ja da durch mein freund was lustiger scheißdreck wollte ich auf dem pad eigentlich alt haben aber egal leider im pupu ich finde ich nur kurz dadurch mein freund ich kurz das gucken gerade ok ok das muss ich wahrscheinlich daraus jetzt dann ist es wahrscheinlich nichts zu bedeuten anscheinend mit dem typ da um ihn zu retten na egal dann wollen wir mal raus hier so dann lass mal schnell hier hoch hier entlang dann lass mal schnell hier nach oben klären komm schon wieder so so und jetzt gut gemacht bike so jetzt hier nach hi Vorarbeiterin der Tunnel ist teilweise eingestürzt aber ich konnte den Arbeitern helfen mein kleines Böhnchen und ich sind froh dass du noch rechtzeitig vorbei gekommen bist mögen die Götter dich tausendfach für deine Mühen segnen du hast du so sie wieder nicht mehr ein Böhnchen oder du hast gefurzt durch den Böhnchen und solle Kraft zu kurz nehmen Ok, dann gehe ich jetzt mal kurz hin Bibliotheker Ok, dann gehe ich jetzt mal hier schon kleiner, kommt von rüber mit dir Perfekt Dann hier, hier Durch den Sprung müssen wir mit dem Flusswagen Da ist ein bisschen was wir noch nehmen, aber nicht schlimm Hauptsache wir haben es geschafft den Sprung, so So, dann wollen wir mal rüber schwimmen Und wollen gucken was dort abgeht Die Götter lieben großzügige Seelen Danke Super Lass mich da Ort machen Ich nehme mal kurz mal dein Boot, mein Freund Herzlichen Dank Oh man, bin ich gut, ich werde immer besser in dem Spiel 29 Leveler, äh Ah, oh Ich bin aufgestiegen auf 29, das finde ich so So genial So So Freund Tut leid, wir legen jetzt mal an Oh, ich habe dein ganzes Schiff zerlegt, sorry Keine Absicht, mein Freund Ich wollte dein Schiff nicht zerlegen So, dann wollen wir nach oben Und gucken, was es da drin gibt Okay Ich frage mich, ob hier Olivenbäume wachsen Hier, keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich dir auch nicht versprechen und nicht sagen Ah, das ist geil Dann gibt's hier auch gleich Der ist 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 Der Der ist Der ist Der ist Der ist Der ist ok wenn ich jetzt schon dabei bin mache ich dann gleich hier weiter anklämmer hochbike hey cool ich glaube wir sind irgendwo richtig gut hingekommen hiermit wer da ich bin bewaffnet es ist nur ich werde dir so sehr wehtun dass die götter lieder über deinen schmerz singen werden bleib friedlich mein freund ich bin doch nur neugierig kaum noch etwas von wert übrig haben hier schon alles leer geräumt ich las von einer uralten schlacht zwischen mahez und ochos war das vielleicht hier an diesem ort hier starb mahez im kampf mit baguas dem eunuchen und mentor von rhodos vielleicht kennst du meine version von mahani jehudi nein macht nichts weißt du was das mahez schwert wurde das schwert von ptah dass sowohl sachmitt als auch selket heilig sein soll nein aber wie gesagt dieser ort wurde längst geplündert die banditen sind nördlich von hier von dort halte ich mich fern danke da gehe ich hin aber gerade nicht jetzt jetzt gehe ich erstmal kurz hier nach oben und falscher posten war ich dran super alles nur wegen dem jetzt aber weil das so ein depp sein musste gerade mich jetzt gerade hier echt weil ich da gerade hoch wollte den scheiß turm frei machen hier so einfach hier gleich dann sage ich noch nur jetzt vielleicht ist wenn dann gleich da gleichzeitig noch ein anderes rätsel lösen kann hier da gehen wir gleich hin keine angst was wollen wir tun ok 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 darmacht freundschirm ich nicht 24 um ok ja Luftattentat. Entscheide dich doch mal. Was möchtest du? Da bist du ja. Hab dich. Ich glaub nicht, dass du mich hast, Alter. Was ist denn los, Junge, kommst du? Durch die Entkommen, hab doch gar nicht vor dir zu entkommen. Verdammt, wir müssen aufholen. Oh, ciao. Was ist los, Junge, kommst du? Nett und schaffst's netter was. Ja. Gut. Dann beende ich jetzt hier den Part, wir sehen uns im nächsten Part wieder, also bis gleich. Mann. Ja, wir sehen uns im nächsten Mal. Was? Ja. Mir instinct är. bianunde.